hallo leute heute geht es um ein kleines update video zur marlin 2.0.8 ich wollte euch darüber informieren dass ich die version schon fertig gemacht habe und habe diese auch schon bei github hochgeladen das kann ich auch mal ganz kurz einblenden ich habe das jetzt hier schon soweit alles fertig wie ihr seht und ja die steht jetzt auch zum download bereit alles andere ist noch gültig wie bei den letzten videos das heißt also das kompilieren und so weiter und so fort hat sich nicht geändert ich habe diese version momentan auch testweise auf meinem drucker bin diese am probieren es sind jetzt keine weiteren bugs oder und sachen aufgetreten die jetzt halt anders funktionieren das ist alles soweit geblieben es ist jetzt so dass ich größtenteils alles übernommen habe ich habe nur noch mal ein paar sachen nachgeguckt ich habe die filament load und unload längen habe ich deutlich verlängert also das geht jetzt kann man jetzt aufmachen bis 1500 millimeter das wird den leuten mit dem 500 millimeter drucker sehr gelegen kommen habe dann alle anderen sachen auch ein bisschen hoch gesetzt also so bei 780 millimeter ungefähr bin ich jetzt dann quasi bei dem normalen 330 er mit so sag ich jetzt mal 20 millimeter vor der düse dann kann ich beim ersten patch drücken kann ich dann schon wirklich filament entladen das kann man jetzt halt noch ein bisschen hoch setzen wer möchte das ist kein problem es ist auf jeden fall so dass es jetzt halt soweit alles gegeben ist dass es funktioniert und ansonsten habe ich jetzt halt nichts wirklich geändert ich habe ja wie in einem anderen video zu sehen ist linear advanced probiert was ja mit den standalone treiber nicht funktioniert vielen dank noch mal an den netten kommentator der mir das gesagt hat das habe ich nämlich jetzt so schnell da ich im moment ein bisschen sehr eingespannt bin auf der arbeit so schnell nicht rauslesen können und habe es halt einfach probiert und es ist halt grundsätzlich fehlgeschlagen also das hat gar nicht funktioniert ja dann habe ich dann danach wieder deaktiviert es ist dann halt so wie man muss halt versuchen dass dann über andere wege hinzukriegen dass die druck gehalt immer gleichmäßig werden und ja ich habe jetzt das auch alles so geschrieben dass halt wirklich alle uis verfügbar sind in diesem repository weil ich ja auch für alle das damals schon umgeschrieben habe das war eigentlich quatsch dass ich das ganze noch mal neu hochgeladen habe weil es ist ja die klassik die color und die lvgl ui aktiv auch schon in meiner bug fix version das habe ich jetzt auch so weiter geführt und habe es auch direkt dann passend benannt für die leute die die lvgl ui nutzen habe ich auch noch eine nützliche information ich habe mich jetzt hingesetzt und habe getestet was passiert weil ich ja in einigen youtube videos selber gesehen habe dass immer gesagt wurde die sd karte muss drinnen bleiben ansonsten bootet der drucker nicht also sobald dieser assets ordner einmal runtergeladen wurde von der sd karte werden die ersetzt scheinbar in die komplette speicher geschichte in den flash vom vom 32 bit übernommen und sind dann nicht mehr von der sd karte abrufbar also ich habe den drucker gestartet ohne sd karte ich habe den drucker gestartet mit einer anderen sd karte wo keine ersetzt drauf war das habe ich alles durchprobiert und es kam immer wieder ein vernünftiger normaler home bildschirm also es war nicht so dass dann einfach nur ein schwarzes bild da war wie gesagt wurde ich weiß jetzt halt nicht ob das jetzt so eine so eine konsistente geschichte ist dass das immer so bleibt das weiß ich nicht oder ob der von zeit zu zeit mal abfragt ob da noch alles da ist das kann ich so jetzt nicht sagen weil ich hatte dann irgendwann nach 20 minuten auch keine lust mehr verschiedene zustände dann irgendwie durchzuprobieren ich muss allerdings auch ein bisschen aufpassen mit dem flashen im moment weil es ist so dass die speicher auf diesen ganzen chips das merkt man auch sehr stark gerade bei einem esp 8266 die mögen es nicht wenn sie dauernd überflasht werden also einen esp 8266 zum beispiel kriegt man sehr schnell platt wenn man den dauerhaft überschreibt mit einer neuen software also das sind ich habe schon ein oder zwei habe ich schon damit getötet weil ich halt wirklich dann viele sachen durchprobiert habe an einem tag und ja ein paar tage später startete der dann gar nicht mehr und der speicher war auch nicht mehr nicht mehr abrufbar also das heißt er war wirklich tot und ich weiß nicht inwieweit das halt bei diesen chips dann auch passieren kann weil die sind ja eigentlich nur dafür gedacht dass man halt wenn ein firmware update kommt dieses firmware update fährt und nicht sich die ganze zeit vor den drucker setzt und alle 20 minuten da eine neue version installiert und ich denke dann erreicht man relativ schnell die schreibgrenze des speichers der da drin ist weil es ist halt genau das gleiche wie bei einer ssd festplatte die kann halt auch nur eine gewisse anzahl an schreibzyklen durchlaufen und danach ist die kaputt eine sd karte zum beispiel auch das ist genau das gleiche es geht halt nur um die menge der schreibzyklen die möglich sind und deswegen muss ich im moment so ein bisschen aufpassen ich weiß halt nicht wie oft man das mit diesem prozessor treiben kann bevor da probleme auftreten bei dieser version belasse ich jetzt auch erst einmal das nächste was ich dann halt mache ist abwarten wie jetzt die neue backfix aussieht das werde ich mir dann am pc erstmal alles angucken bevor ich da irgendwas flasher und es war jetzt hat ein bisschen blöd weil wir jetzt hier zwei versionen online hatten die eigentlich beide gut funktionierten deswegen wollte ich euch die auch beide bieten also diese 70 72 und die 08 da quasi aber halt noch als backfix und das wird der jetzt dann deutlich weniger werden ja das war eigentlich schon das ganze was ich euch in dieser richtung halt sagen wollte wie gesagt version ist im moment am testen es funktioniert alles nach wie vor der runout sensor funktioniert auch nach wie vor weil das war ja das größte problem bei der 205 und das ist alles geblieben also das funktioniert da haben sie jetzt auch nichts mehr verändert und dann würde ich sagen harren wir der dinge warten wir mal ab wie die neue version dann nachher aussieht die jetzt dann als nächstes kommt und dann bis zum nächsten video abonnieren und und dann bis zum nächsten video abonnieren 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 und dann bis zum nächsten 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 und dann